Schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Pressekonferenz der Schöninger Weilwings nach dem letzten Heimspiel der Saison 2014-15 gegen den ERC Red Bull München. Zuerst die anderen Ergebnisse. Iserlohn unterliegt, Ingolstadt auf eigenem Eis 3-4 nach Penaltyschießen, Köln gewinnt gegen Straubing mit 1-0, Nürnberg Hamburg 5-0, Augsburg Krefeld 2-3, Berlin gewinnt gegen die DEG mit 5-2 und Wolfsburg schlägt Mannheim auf eigenem Eis mit 2-0. Kommen wir zur heutigen Partie. Don Jackson, Ihr Statement bitte. Ja, guten Abend zusammen und guten Frunsch, Dave. Auf dem ersten Mal, Dave ist ein alter Kollege aus Québec und wir haben da in einer kleinen Zeit zusammen gearbeitet. Und das ist, Dave hat mir gesagt, sein letzter und seine super Karriere für Dave Chambers. So, ich bin immer stolz, immer gegenehmert. Und ich bin proud to sit across the table from you, Dave. I'm glad you didn't say how old I was. I don't really know, but you haven't changed a bunch in 20 years. Anyway, thank you, Don. That's for sure. I appreciate that. And so, the super finale by Schwinnegen, the Mannschaft, and the Leischung in Hollywood are unglaublich und ganz schön. So, viel Glück. And Dave, hope to see you soon. Danke schön, Don Jackson. Dave, your comment tonight, and congratulations for the win. Yeah, well, thanks very much, Don, once again. And I wish your team much luck in the playoff. You've got an excellent team. Yeah, we're very proud of the team tonight. We competed, and obviously we're not in the playoffs, but they gave it their best. And we had some young kids from Freiburg and Jonas, Wayne Hines' son. So, we're really, really proud that the boys competed very hard and very pleased to give the fans our last home game, that the fans that support us throughout the year, and it was a tough year. It wasn't all that we thought it might be, but the fans did support us all the way, and I think that's very, very important for the future of the team as well. I'd like to thank Wayne Hines, my assistant, who's with the junior team on Sunday, so he won't be with us in Dusseldorf. So, I'd like to thank him very much for all the help he gave me. We got along really well, and he kept my sense of humor, which was important, and some of the times, the hard times we had. So, you know, for me, I'm pleased with the game tonight and pleased with the last two weeks where we were able to beat Berlin and Ingolstadt and now Munich, and they're getting ready for the playoffs, we understand that, but we also played very well the last two weeks, which is a good memory for the fans. And once again, Don, I'd like to thank you very much for all the association we've had over the years, and I wish you really lots of luck and good luck in the playoffs. Thank you, Dan. Vielen Dank. Alles Gute für die weitere Saison. Gibt es Fragen heute Abend? Herr Wittner. Herr Jackson, wo sehen Sie die Gründe für die Niederlage Ihrer Mannschaft? Erstmal war, das erste Weitere war ein bisschen schnell. Wir hatten ein Problem in der Saison. Wir haben den Shutout gewesen für, you know, ein vier, fünf Mal. Und so, you know, wir haben viele Schüsse auf Tor, aber, you know, die, vor dem Tor, keine Chance. Sie haben gut defensivisch gespielt, you know, vor dem Tor, der Torwart Janka. Und, ja, sie haben sehr eng in der Defenssaison gespielt. Weitere Fragen heute Abend? Alles soweit geklärt. Dann darf ich Don Jackson seiner Mannschaft einen guten Nachhauseweg wünschen. Viel Glück für die Playoffs. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle Fans, Sponsoren, für die Unterstützung in der Saison 2014-15. Natürlich auch allen ehrenamtlichen Helfern. Vielen Dank für die Unterstützung, für die tolle Arbeit und das Engagement. Wir sehen uns dann wieder im August. Bleiben Sie uns treu und bleiben Sie gesund. Bis dahin, schönen Abend.